Im grünen Herzen von Leipzig liegt der Campingplatz Auensee. Ideal geeignet für Erholung und Erlebnis mitten in Leipzig. Leipzig präsentiert Gehen Sie auf historische Reise in der Kulturstadt. Völkerschlachtdenkmal Thomaskirchen, Neues und Altes Rathaus bieten Ihnen Einblicke in die vergangenen Jahrhunderte. Leipzig lädt ein Buchmesse, Tourismus und Caravaning, Hausgartenfreizeit und viele mehr. Ca. 40 Messen im Jahr können Sie hier in Leipzig besuchen. Leipzig bewegt Der zentrale Treffpunkt für Busse und Bahnen in der Innenstadt Leipziger Hauptbahnhof. Auch für Mitteldeutschland ist der Kopfbahnhof eine zentrale Anfahrtsstelle für den Nah- und Fernverkehr. Leipzig musiziert Folgen Sie der Notenspur und entdecken Sie die Werkstätten von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdi und vielen anderen bekannten Musikern. Leipzig wächst Einen herrlichen Ausblick über das Stadtgebiet bekommen Sie auf dem City-Hochhaus. Dabei fällt auf, dass sich Leipzig kontinuierlich weiterentwickelt, genau wie das Erlebnisangebot unter anderem im größten ostdeutschen Freizeitpark Belantis. Leipzig lebt In Leipzig finden Sie mehr als 800 verschiedene Tierarten, vor allem wenn Sie in einem der artenreichsten Zoos Europas danach suchen, im Leipziger Zoo. Leipzig ist sportlich In der Sportstadt gibt es nicht nur viel zum Mitfiebern, selber machen ist hier das Motto. Von Joggen bis Surfen, Leipzig und die umliegenden Seen bieten Fläche und Möglichkeiten für verschiedenste Aktivitäten. Und Leipzig ist erholsam. Bungalows, Finnhütten, Karawanen und Zeltmöglichkeiten mitten im Herzen von Leipzig. Das gibt es nur hier auf dem Campingplatz am Aunsee. Also, Leipzig lohnt sich! Bungalows, Finnhütten, Karawanen und Zeltmöglichkeiten mitten im Herzen von Leipzig. Bungalows, Finnhütten, Karawanen und Zeltmöglichkeiten mitten im Herzen von Leipzig. Bungalows, Finnhütten, Karawanen und Zeltmöglichkeiten mitten im Herzen von Leipzig. Bungalows, Finnhütten, Karawanen und Zeltmöglichkeiten mitten im Herzen von Leipzig.